Ich wollte es gar nicht so im Urstellen machen. Okay, okay. Jetzt, wo sich dein Leben so verändert hat, was ist jetzt anders? Oder was hast du jetzt, was du davor nicht hattest? Frieden. Was heißt Frieden für dich? Frieden bedeutet für mich nicht die Abwesenheit vom Problem, sondern die Anwesenheit Gottes. So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Real Model Podcast. Mein Name ist Mikias, ich bin 24 Jahre alt, gebürtiger Stuttgarter und komme aus Äthiopien. Yes, sehr gut. Mein Name ist Nati, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Stuttgart. Meine Eltern kommen aus Äthiopien und ich freue mich übertrieben auf den Podcast. Top, Hammer. Genau, wir hatten schon die erste Folge gedreht gehabt. Ich sagte mal, so der Anfang war ein bisschen, hat ein paar Anläufe gebraucht, aber ich freue mich auch mega. Und ganz kurz, wenn ihr euch fragt, in was für einem unfassbar beispiellosen Studio wir sind. Wir sind hier gerade bei HeyHey, Creator Management aus Stuttgart. Der liebe Marvin und die Berner haben uns erlaubt, heute hier, beziehungsweise unsere Folgen, die Nati und ich machen, hier aufzunehmen. Und deswegen wollten wir da so ein kleines Dankeschön raussprechen. Yes. Ja, Mann, lass uns gleich anfangen. Wie schon gesagt, ihr kennt es oder solltet es mittlerweile kennen. Wir haben immer so Top und Flop der Woche. Einfach, um ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie die Woche war. Und ich würde sagen, Nati, was war dein Top, was war dein Flop in der Woche? Oder halt in letzter Zeit. Mein Top war auf jeden Fall, dass die Family größer geworden ist. Mein bester Buddy-Family-Mitglied Justin wurde Vater und Sina wurde Mutter. Und es ist richtig Hammer, dass die beiden jetzt Eltern geworden sind. Das ist für mich so das größte Geschenk. Ich glaube, das wird das Top des Jahres sein. Yes, 100%. Was war dein Flop? Mein Flop? Okay. Mein Flop ist tatsächlich mein Zeitmanagement. Inwiefern? Manchmal merke ich so, dass ich, ich öffne mich jetzt auch, ich komme manchmal, kennt ihr das, wenn es 12 Uhr ist und du kommst 12.02 Uhr und du bist so zwei Minuten zu spät oder du kommst gerade um 12 an und das ist so eine Schwachstelle und das ist in letzter Zeit ein bisschen häufiger passiert und daran möchte ich auf jeden Fall arbeiten und das hat mich so ein bisschen gestört die letzten Tage. Yes, Micky. Ganz kurz zu deinem Punkt. Nein, nein, passt. Thema Zeitmanagement. Ich will da ein bisschen reinreden, okay? Okay, okay. Nazi ist eigentlich, eigentlich sage ich, jemand, der oft zu spät kommt, aber, jetzt mein Punkt, aber, ich sage so die, ich glaube, das letzte halbe Jahr ist dein Zeitmanagement richtig gut geworden. Also bei Nazi war auch so, wenn wir beispielsweise jetzt irgendwo hingefahren sind, scheiß drauf, komm. Ich will gar nicht, gar nicht so die drauf eingehen. Okay. Also mein Top ist auch unsere liebe Nichte, Aliyah, Justins Tochter, wir haben an Sina und Justin sind Eltern geworden und weißt du, was witzig ist? Was war mein Top in der letzten Woche? Ne, was war mein Top im letzten Podcast? Dein Top war mit Mike und Lüdi. Genau, die denken jetzt, wir kriegen jede Woche Kinder. Also nicht wundern. Genau, unser Freundeskreis ist am Machen und genau, das war auf jeden Fall mein Top. Mein Flop die Woche war, ich habe die Woche nicht wirklich so gebetet, wie ich beten wollen würde. Also ich versuche immer abends zu beten, ich habe mich nicht dran gehalten und es war eher so ein Lazy-Gebet. Ich glaube, jeder kennt das, dieses Gebet, du bist schon am halberen Pen und bedankst dich kurz und ich sage mal so, das hat mich die Woche gestört. Aber sonst hatte ich jetzt, hatte ich eigentlich eine gute Zeit. Hammer, Hammer. Next point, lass zum Icebreaker kommen, oder? Genau, lass uns direkt zum Icebreaker kommen, um das Ganze hier aufzulockern. Ich dachte mir, diesmal ist es kein Spiel, sondern eine Frage und zwar, die Frage geht auch an die Zuschauer, ihr könnt auch kurz Pause drücken und die Frage für euch selber beantworten. Aber Micky, du hast in deinem Leben viele Menschen schon gesehen und von all den ganzen, stell dir vor, alle Menschen sind in einem Raum, die du jemals begegnet bist, seit über 20 Jahren. Okay. Und nach welcher Person würdest du zuerst suchen? Okay, das ist eine gute Frage. Am Anfang, als ich mich auf die Frage vorbereitet habe, dachte ich mir so, okay, will ich irgendwie so einen Celebrity nehmen, den ich mal so flüchtig gesehen habe, aber halt nicht reden konnte. Aber ich dachte mir, eigentlich einfach meine älteste Schwester. Weil ich glaube, das ist glaube ich die Person, die mir in meinem Engkreis von den Leuten, die mir wichtig sind, ich glaube, sie habe ich am längsten nicht gesehen. Deswegen würde ich gleich nach ihr gucken, weil ich sie halt vermisse. So, aber was sagst du denn? Darf ich raten? Ja, du darfst raten. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Ist es Neymar? Nein, das ist nicht Neymar. Aber ich habe an ihn gedacht. Er hat Neymar im Restaurant getroffen. Genau, das hätte gezählt. Nee, aber ich habe mich auch für Family entschieden. Ja? Genau, weil es ist bei mir mein Neffe. Er ist fünf und wir haben gerade nicht so viel Kontakt und jedes Mal, wenn ich so an ihn denke, weiß ich so, ich habe eine richtig hammermäßige Zeit mit ihm und ich würde einfach, wenn so alle Leute da so in einem Raum wären, dann würde ich erst mal nach ihm suchen, weil wie heißt er? Lenny heißt er. Lenny. Genau, ich habe den Namen gar nicht gesagt. Lenny ist so mein Favorite und so und deswegen würde ich nach ihm suchen. Yes? Sweet. Sweet. Gute Antwort. Gute Antwort. Also ihr seht, wir sind Family Leute, also Family ist glaube ich uns beide am wichtigsten. Absolut, Family. So, ich würde sagen, kommen wir direkt zu unserem ersten Thema heute. Also ich glaube letzte Woche, nee, ich sage immer letzte Woche, beim letzten Podcast hatten Nati und ich schon erwähnt, dass wir uns eigentlich nie kennengelernt haben. Also Nati war schon immer da, umgekehrt genauso und wir sind beide in derselben Kirche aufgewachsen. Das heißt, wir sind Church Boys oder wie man es halt nennen will. Yes. Ein bisschen cringe und die Frage ist, wie es für uns war, in einer Kirche aufzuwachsen. Also, weil ich glaube, es können sich wenige vorstellen. Ich glaube nur selbst die Leute, die in der Kirche aufgewachsen sind, wissen das, weil das hat einen riesen Impact. Ich glaube, Leute wissen das nicht. Deswegen, wie warst du dich in der Kirche aufzuwachsen? Yes, wie war das für mich, in der Kirche aufzuwachsen? Es war ein absolutes Blessing für mich. Es war richtig schön, weil wir wussten so jeden Sonntag, es war so klar, wir fahren jetzt mit meinen Brüdern nach Stuttgart in die Church und es war immer richtig cool, weil wir da auch irgendwie so richtige Freunde hatten und für uns war das dann so immer Essen, Spielen die ganze Zeit und nach einer Zeit wurde das halt ein bisschen, wenn du 15 Jahre dabei bist, dann Pubertät kickt und du hast auf einmal andere Interessen und bei mir war das Fußball so. Wo hast du denn gespielt? Sollen wir jetzt echt drauf eingeben? Ja, nur kurz. Nein, ich habe, das höchste, was ich gespielt habe, war Overliga, Erno Overliga, das musst du dann auch erwähnen. Genau, Fußball war immer meine Ausrede, dass ich dann nicht mehr so, ja, Pubertät, du hast dann andere Interessen. Genau. Aber Micky, bitte, sag mal du, wie war das für dich, in der Church aufzuwachsen? Ich liebe die Frage, ich glaube, das ist auch meine Lieblingsfrage heute. ich sage mal so, es hat gute und es hat schlechte Seiten. Alright. Ich will mal am liebsten mit den guten anfangen. Yes. Also ich sage mal, die guten Seiten sind, dass du eine Community hast. Ja. Also ich glaube, ich kenne über, also ohne zu lügen, ich kenne über 200 Leute, nur aus, zwar eine äthiopische Gemeinde, Leute aus der Gemeinde, ob die älter sind, mein Alter, jünger, ich sehe Babys, wie sie aufwachsen und sehe, wie sie jetzt auch älter werden und auch unsere Freundschaft, ich sage auch, unser Freundeskreis und hauptsächlich Leute, die weit in der Kirche kennengelernt haben und deswegen sage ich, wegen der Community bin ich Gott dankbar dafür, aber was auch, was auch richtig krass war, war so das Wissen, das Wissen einfach in der Schule, also ich habe, Ja, Mann. Ich habe auch Nazi vorhin darüber geredet gehabt, ich hatte im Religionsunterricht bessere Antworten als der Religionslehrer. Ich hatte auch mal eine Klassenarbeit geschrieben und ich hatte Fragen mit Bibelfersen beantwortet und der Lehrer kam zu mir und meinte zu mir, ey, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich war in der neunten Klasse und dazu eine witzige Story, okay? Hau raus. Unser Religionslehrer damals in der neunten, der war auch Christ und hat uns oft herausgefordert und da gab es einen Tag, da hat er gesagt, ey, ganz kurz, wir sind ja hier im evangelischen Religionsunterricht. Er sagt so, ihr kennt alle die Bibel, aber wer von euch glaubt wirklich daran, was in der Bibel steht? Er sagt, alle, die nicht dran glauben, geht auf die rechte Seite und alle, die dran glauben, geht auf die linke Seite und ich sehe, die ganze Klasse geht nach rechts. Alle auf der Seite, alle verleugnen Gott auf einmal. Und ich bin dort und das war der größte Hymn-Moment of my life. Ich bin als einziger nach links und stand da gegen Ivo von mir so 17 Leute und ich habe mich gefühlt wie als ob Gott so richtig proud of mich ist. War er auch. Ja, und das Witzige ist, ich sehe da drüben einen, der auch in die Kirche geht. Ich sage, du kommst hierher und ich sage den Namen, sage ich dir später, ich will das Kind nicht beim Namen nennen, aber die Person weiß, wen ich meine. Ich so, du kommst hierher und er ist dann direkt gekommen und dann waren wir zu zweit und dann war der Lehrer sehr beeindruckt. Ja, sowas. Und halt, ich sage, früher Berührungspunkte mit Gott, das ist auch extrem, extrem wichtig gewesen. Also ich kann es ja schon im Alter von, der Heilige Geist war ein Begriff im Namen, als ich schon acht war. Ich wusste, was es bedeutet, deswegen war das gut. Was aber schlecht war, beziehungsweise schlecht für mich war, Gott wurde normalisiert für mich. Für mich war Gott nicht eine Person, Gott war für mich Event. Gott war Sonntagskirche, Gott war schick anziehen, Gott war, klar, das gehört auch irgendwie alles zu Gott, dass du Leute siehst und so, aber ich bin nicht in die Kirche gegangen wegen Gott, sondern um das Drumherum. Ja, da kann ich mich nur anschließen, genau, weil ich einfach, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so in dem Alter von 15 so eine lebendige Beziehung mit Jesus hatte, aber bei mir war das dann so, dass ich dann mit 22, Ja, erzähl mal, wie war das bei dir? Yes, das war so, dass ich mit 15 aufgehört hatte und dann war ich ganz schnell 22 und dann kam mein großer Bruder, Shoutout an David. David Bamnow, unser damaliger Jugendleiter. Genau, der hat das doch schon ein paar Jahre gemacht gehabt, ich glaube zwei Jahre davor oder so, und dann hat er so eine riesen WhatsApp-Nachricht mir geschickt und am Anfang habe ich die halt durchgelesen und ich dachte mir so, das ist so eine Rundmail, wo er jedem so schickt und dann während ich den Text so gelesen habe, habe ich gemerkt, aha, das geht ja an mich nur und der hat mir ein paar Sachen geschrieben gehabt, so hey, Gott hat dich nicht vergessen und ich möchte dir einfach nochmal, ich möchte dich einladen, so in Gottesdienst zu kommen. Wie lange warst du davor nicht da? es war ein Comeback, oder? Es ist auf jeden Fall ein Comeback. Ich glaube, du warst halt ein paar Mal da vielleicht noch so, über die letzten sechs Jahre vielleicht fünf Mal oder so. Das ist krass. Ja, und dann bin ich dann wieder in den Gottesdienst gekommen und ich habe dann wieder die alten Freunde gesehen von früher, alle groß geworden und es war richtig cool, die so zu sehen und dann hat halt Gottesdienst angefangen und dann habe ich gesehen, all right, die tun gerade Gott richtig anbeten, tun gerade Gott suchen und anscheinend auch finden und für mich war das schon crazy, weil ich kannte das einfach nicht, weil der Gottesdienst mit 15 war nicht so und ich sehe so auf einmal, wie so Leute ihre Arme strecken, weinen. Auch neue, ne? Die du davor nicht kanntest. Ja, viele neue Gesichter aus mehreren Nationen und so und das Krasse war dann, ich habe dann gesehen, wie die so auf die Knie gehen und Gott gesucht haben. Das war richtig crazy für mich und am ersten Gottesdienst war ich dann so voll so, was machen die und so. Auf sexy machen. Genau und dann nach so zwei Wochen haben die dann gesagt, komm, ey, kommst du nächste Woche wieder? Und ich so, ja, ja, ich komme wieder Sommerfreitags. Ja. Dann bin ich nochmal gekommen und dann nach so drei, vier Wochen habe ich dann, war ich so voll von meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich möchte das auch nicht verpassen, weil ich das ja gesehen habe, dass es bei denen klappt. Hammer. Und das war für mich ein unglaublicher Change in meinem Leben. Okay. Weil du sagst Change in deinem Leben, wie würdest du diesen Change beschreiben? Also wie würdest du sagen, jetzt wo sich dein Leben so verändert hat, was ist jetzt anders? Oder was hast du jetzt, was du davor nicht hattest? Frieden. Und ich habe einfach... Was heißt Frieden für dich? Frieden bedeutet für mich nicht die Abwesenheit vom Problem, sondern die Anwesenheit Gottes. Stark. Genau. Und das bedeutet so, Chaos kann kommen, Probleme können kommen, aber wenn Gott da ist, da habe ich einen Frieden. Stark. So einen Frieden, den mir die Welt nicht schenken kann. sondern das ist nicht ein irdischer Frieden, sondern ein himmlischer Frieden. Und das ist so ganz anders, ganz schwer zu beschreiben, wie es ist, mit Jesus zu sein, wenn man ihn noch nie so wirklich kennengelernt hat. Aber es ist auf jeden Fall, für mich war das auf jeden Fall die beste Entscheidung. Hammer. Wie war das bei dir, Micky? Erstmal krasser Punkt, was du gesagt hast. Ich glaube, du sprichst da für viele. Und ja, ich denke, bei mir war das so, als ich den Weg zu Gott gefunden habe, hat sich einfach auch mein Selbstbild verändert. Gott hat mir Identität gegeben. Yes. Das hat sich auch in der Intro-Folge erwähnt gehabt. Und ich sage halt, was sich jetzt halt explizit verändert hat, ist, jetzt gehe ich durch den Tag und ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Und ich bin auch gesehen von Gott. Und wenn ihr dazu einen nicen Song hören wollt, also ich kenne da eine Vanessa, die hat einen Song, der heißt Der Gott, der mich liebt. Nein, Der Gott, der mich sieht, sorry. Der Gott, der mich sieht. Der Gott, der mich sieht. Aber das ist 100% Wahrheit. Weil ich merke einfach, ich gehe durch den Tag und es ist nicht mehr, dass ich probiere, Gott zu gefallen. Weil ich kann Gott nicht gefallen. Weißt du, Gott hat sich für mich entschieden. Gott sieht mich, Gott hat mich zuerst gesehen, Gott hat mich zuerst geliebt und es hat mir so viel Ruhe gegeben und durch diese Ruhe, wie du jetzt auch sagst, Frieden, habe ich auch, also durch die Liebe, die Gott mir gegeben hat, liebe ich meinen Mitmenschen anders. Ja, voll. Absolut. Genau. Und nicht auf Knopfdruck, auch nicht auf Krampf, weil Jesus sagt, ich gebe euch ein Gebot, liebt aneinander, sondern weil ich diese Liebe wirklich empfangen habe und dadurch liebe ich einfach Menschen mehr und bin auch dadurch selbstloser geworden. Ich würde sagen, mein Leben dreht sich nicht mehr nur um mich und das war damals so, damals war es immer okay, was ist, was ist gut für mich? So, ich immer an erster Stelle, aber am Ende sage ich, Jesus kam, um zu dienen. Weißt du, wenn Jesus, Gottes Sohn, kam, um zu dienen, wer bin ich, dass ich dann hier auf Welle mache und sage, ja man, so, ich bin Him, so, alle müssen mir dienen, sondern du bist ein Diener, ich bin ein Diener, weil Jesus, er hat es vorgelebt. Ja. Ich sage, das, das hat sich in meinem Leben verändert. Yes, es ist auf jeden Fall, ähm, wahr. Wahr, das stimmt. Okay. Nächster Punkt, nächster Punkt. Nächster Punkt. Soll ich anfangen? Ja. So, jetzt haben wir, jetzt sind wir verändert und oft mit Veränderungen kommt es auch, Veränderungen im Alltag und jetzt Thema Alltag. Nati, hast du drei, hast du drei Angewohnheiten, die dir in deinem Alltag helfen, die du mit uns gern teilen willst? Alright. Ich bitte drum. Okay. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich einer bin, der immer Fragen stellt. Das stimmt, das kann ich bezeugen. Ja, das ist, ich kann ein Beispiel geben. Ähm, zum Beispiel, montags komme ich ins Geschäft und dann sehe ich den Chef und das Erste, was ich mache, ist, jeden Montag, der weiß schon, der wartet drauf, ist die Frage zu stellen, ey, wie war dein Wochenende? Aha. Und dann erzählt er mir, ja, ich war, keine Ahnung, unterwegs mit meinem Hund und sowas und dann sage ich ihm, erzähl mir, was habt ihr gemacht und ich stelle immer Fragen. Warum stelle ich Fragen? Weil ich möchte, dass er sich, ähm, wertvoll fühlt. Genau. Einfach, ich glaube, wahrgenommen. Wahrgenommen, und dann fängt er an zu erzählen oder Freitagnachmittag, du kurz vor dem Wochenende sagst du ihm einfach, hey, was steht an? Oder du einfach Fragen zu stellen, ich glaube, das ist es auf jeden Fall so, was ich gemerkt habe, ist so, was gut ankommt. Du stellst auch gute Fragen, das sind keine 0815 random Fragen. Ja, ich habe auf jeden Fall bessere Fragen anstatt als montags, wie bei deinem Wochenende. Ähm, Fragen stellen, genau, eine weitere Angewohnheit, das hat mir mein großer Bruder mir damals gesagt gehabt, er hat gesagt, geerbt, das ist die 10-10-10-Regel, hast du schon mal davon gehört? Nee. Bestimmt hast du davon gehört, und zwar 10 Minuten Bibel lesen, 10 Minuten Worship, und 10 Minuten Gebet. Und er hat gesagt, fang damit an. Am Stück, also dass du die 30 Minuten nimmst. Genau, er sagt, nicht jetzt vielleicht am Stück, ich mache die ersten 10 Minuten, das ist bei mir Worship, zum Beispiel immer, wenn ich Auto fahre, da höre ich auf jeden Fall, ja, da weiß ich, hey, diese Zeit widme ich Gott. So dieses, weil ich weiß, so wenn ich das schon morgens höre, dann werde ich im Laufe des Tages auf jeden Fall wieder dazu zurückgreifen. Ja. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, den Tag startest, und gar nicht so Gott einbeziehst, dann wird es schwer um 16 Uhr, das zu machen. Doch, das stimmt. Ähm, und genau, dann meistens ist dann das Bibel lesen dann eher abends rum. Du bist so ein Abendbibeleser. Ja, ich bin so ein Abendbibeleser. Ja, ja, ja. Genau das Gegenteil. Ähm, und 10 Minuten Gebet. Aber bei mir ist es so, dass das Gebet definitiv länger ist, als das Bibel lesen. Keine Ahnung, ob das so die richtige Reihenfolge ist. Ähm, aber, yes, das sind so Angewohnheiten, die ich habe. Wenn mir noch was einfällt, würde ich das sagen. Ja, ja, genau. Sag mal, was sind deine Top 3? Ähm, meine Top 3 Angewohnheiten. Richtig. Ich habe morgens, ähm, tägliche Bibelferse, die ich mir, die ich nicht, nicht so reinrede, sondern die ich einfach abarbeite. Mhm. Mittlerweile kann ich sie auswendig, weil wenn du jeden Tag denselben Bibelferst liest, hast du es irgendwann. Und ich habe aber die Bibelferse gezielt, ähm, ausgewählt. Ähm, guck mal, ich will jetzt nicht auf jeden Bibelferst eingehen, aber ich will einfach nur so ein grobes Bild davon geben, was ich da mache. Ähm, also ich habe halt, ich versuche mit jedem Bibelferst einen Part in meinem Leben abzudecken, in dem ich mich gerade befinde. Okay. Weißt du, ich habe da ein Beispiel ein Bibelferst drin, jetzt Beispiel Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertrau voll und ganz dem Herrn, denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt deinen Handel mit Erfolg. Mhm. Dass ich meinen Tag schon so anfange, vor allem die Bibelferse, die ich mal morgens, mein Tag fängt so damit an, dass ich Gott gleich gebe. Mhm. Nicht mein Verstand. Dann habe ich einen anderen Bibelferst drin, wo es mit dem Kampf mit dir selber, so, da steht so, dein Körper ist dein Sklave, so. Der andere Bibelferst, da geht es darum, dass du Dinge umsetzen sollst. Ja. So, mach was. Wart nicht auf den perfekten Moment, so. So, mach einfach. Deine Bibelferst geht es um Sorgen. Sorgt euch um nichts, denn er sorgt für euch. Und ich höre das wirklich morgen schon und dann gehe ich ganz gelassen an den Tag. Deswegen, tägliche Bibelferse kann ich nur empfehlen. Vielleicht klatsche ich die Bibelferse in die Info unten rein. Gerne. Bitte mach das. Ich teile das auch regelmäßig mit Menschen. Und die nächste Angewohnheit, lass mich schauen, die nächste Angewohnheit war, dass ich Trinkgeld gebe. Immer. Das stimmt. Ich gebe immer Trinkgeld. Immer. Ich habe damals Trinkgeld gegeben, wenn der Kellner einen guten Job gemacht hat. Ja. Aber ich habe gesagt, ey, ich bin großzügig, weil ich großzügig bin. Das ist keine bedingte Großzügigkeit. So, selbst wenn du den Wax einen Job überhaupt machst. Ich habe Wasser bestellt, du bringst mir Sprite. So. Ich will eine Vorspeise, die kommt nach dem Hauptgang. So. Weißt du, ich meine, selbst dann gebe ich Trinkgeld einfach, weil ich für mich gesagt habe, eigentlich macht es keinen Sinn. Weißt du so. Ja. Aber, ich sage mal so, meine Großzügigkeit muss keinen Sinn machen. Ich bin einfach groß. Ich will großzügig sein. Und, ja, und die dritte Angewohnheit, die ich habe. Aber ich, bevor du auf den dritten Punkt gehst. Ich habe gesehen, also, du bist, wirklich, Micky ist ein richtig, richtig krasser Tipper. Wenn du jetzt zum Beispiel, die Rechnung ist 42. Die Leute wissen manchmal nicht, was großzügig bedeutet. Meine Rechnung? Ja, deine Rechnung ist 42. Also, ich habe für 42 Euro gegessen. Ja. Okay. Was gibst du für Trinkgeld? Gibst du? Boah, das ist jetzt, jetzt hast du. Ich weiß, 42 ist auch eine eklige Zahl. 42 ist, ist richtig eklig. Aber, ich will schon immer 5 geben. Und dann würde ich rechnen, 47. Mit 47 hätte ich keinen Frieden. 48. Okay. 48 Euro. Ich habe schon Momente gesehen, wo er Fufi gegeben hat. Ja, dann war ich aber auch flüssig. Dann war der Freudiger. Dann war ich auch flüssig. Aber, ähm, du hast auch bewusst 42 gesagt. sagt es eine Kerlzeit. Ja, das ist eine richtig eklige, ne? Genau. Nächste Angewohnheit. Okay. Ich versuche, meinen Schweinehund beim Namen zu nennen. Okay. Also, David Goggins hat es anders ausgedrückt. Okay. Also, David Goggins, okay, muss man, also David Goggins. Muss man kennen. Muss man kennen. David Goggins muss man kennen und er meinte immer, wenn er, wenn er faul ist oder irgendwie einen schwachen Moment hat, sagt er einfach so, er nennt diesen Schweinehund, er beleidigt ihn. Okay. Weißt du? Und ich versuche halt, wenn ich, Beispiel, keine Lust auf Gym hab, sag ich so, ah, Schwächling, Micky, hast keinen Bock auf Gym heute. Ah, komm, komm, wir gehen wohin. So, oder wenn ich, Beispiel, keine Lust hab, an irgendwas zu arbeiten. Und ich glaube, jeder kennt das, dieser Kampf von, von deinem, von deinem Fleisch und deinem Willen. Ja. So, du willst was machen, aber irgendwie, du bist so lazy, du bist so am chillen und ich versuche es gezielt beim Namen zu nennen. Ja. So, ich sag dann so, ich will jetzt nicht sagen, was ich sag, aber ich nenn halt den schwachen Micky beim Namen. Aber das ist krass, ich hab das nämlich auch, wenn ich dann zum Beispiel so auf den Aufzug warte und ich muss in den dritten Stock und der dauert mir zu lange und dann sag ich, oh, du willst nicht die Treppen laufen. Okay. Du läufst jetzt drei Stocks weg. Laufst du die Treppen? Ich lauf dann hoch. Drei Stocks weg ist tough. Aber nee, das sind meine drei Angewohnheiten. Hammer. Sehr gut, okay. Was steht an, Nati? Was ist unser nächster Punkt? Mach nicht so. Alright, kommen wir direkt zum Q&A. Ja. Mein, nee, dein Lieblingspart, oder? Ja, ich liebe Q&As. Nati liebt Q&As, richtig. Genau, Micky, ich hol's am besten mal raus. Es dauert viel zu lange. Ich freu mich auf die Frage gerade. Okay. Ich freu mich auf die Frage. Die erste Frage lautet, was war das beste Geschenk, was du jemals verschenkt hast? Ähm, weißt du, was ich sagen werde? Hast du so einen blassen Schimmer ein bisschen? Warte, gehst du jetzt auf die Yeezys? Nee. Okay, gut. Das war ja so ein Gruppengeschenk. Ja, okay. Also ich, ähm, ich hatte mal Nati ein Geschenk gemacht. Oh, ich weiß welches. Ich sag nur die Farbe gelb. Gelb. Gelb, Genau. und zwar, ähm, hatte, ich kann's sagen, so als Text ein bisschen. Genau. Nati sieht sich nicht in dieser Stadt, okay? Nati sieht sich big. Nati hat eine Vision. Und damals war halt schon der Punkt, Australien, ja, also Nati wollte nach Australien, wird er noch machen. Auf jeden Fall. Ich glaub, da ist auch ein Calling drin. und dann war es aber die Phase, wo ich glaub, ein Jahr, also Nati hätte, glaub, ich weiß nicht, ob das das Folgejahr gewesen wär, aber, du wolltest ja nach Australien. richtig. Und das hat dann nicht ganz geklappt, wie du's dir vorgestellt hast. Genau. Und ich wollte ihm, er hat halt den Geburtstag und ich wollte ihm halt mit diesem Geschenk so wieder Leben rein, ich wollte dir Leben reinschenken in die Situation. Dann hab ich ihm mein Australientrikot geholt. Mhm. Genau. Und ich weiß noch genau, wir waren in der Kirche, da bei den Fenstern und du hast es aufgemacht und du so, boah krass, du hast auch direkt angezogen. Ja, man, aber du hast doch irgendwas auf die Karte geschrieben gehabt. Ja, ja. Erinnerst du dich noch dran? Ähm, grob. Weißt du das noch? His promise still stands. Ja, genau. Irgendwie sowas, ja. Und dann hast du doch geschrieben, irgendwie, man kann das Timing. Genau. Wie war das? Kriegst du es hin? Nee. Okay. Aber es ging um Timing. So, dass Gott, Gott hat dich nicht da aufgegeben. Ja. Er sieht es noch und er wird es noch machen. Yes, das war. Und jetzt top mal. Ja, mach mal. Nati, was war das beste Geschenk, was du jeweils verschenkt hast? Er weiß doch nicht, was ihn erwartet. Aber es lüge jetzt. Nein, nein. Guck mal, ich hatte, und das kann ich voller stolz sagen, ähm, also, mein Neffe, Davy Selke, ist ja Bundesligaspieler und, ähm, wir waren dann bei einem Stadionspiel und dann hab ich ihm gesagt, so, hey, Bro, da hat er noch damals bei Hertha gespielt, da hab ich ihm gesagt gehabt, kannst du mir das Trikot von Hamas Rodriguez abchecken, als er noch gegen, äh, Bayern gespielt hat. Hamas Rodriguez, seiner besten Zeit. Muss man nicht erklären. Seiner besten Zeit. Genau, und dann hab ich das Trikot von ihm bekommen und das war für mich so das Wertvollste, ne? Das Trikot von Hamas, das war krass. Auf jeden Fall, äh, gab's, ähm, ich hatte, wir haben eine Freundin, eine gemeinsame Freundin, die heißt Salud und, äh, die ist die mit Abstand stärkste Person, die ich kenne und sie hatte, oh, sie ist die größte, sie ist der größte Hamas-Fan, den ich kenne. Seit sieben Jahren post, die einmal, zwei, drei Mal im Jahr eine Hamas-Story. Ohne Sinn einfach. Ja, ja, einfach Crush. Ja. und auf jeden Fall, ähm, kam dann Salud und Salud hatte schon in ihrem Leben dreimal, äh, hat sie dreimal, äh, Leukämie war das, ne? Hat sie dreimal Besiegt gehabt und dann beim dritten Mal war sie halt im Krankenhaus und ich wusste, dass sie ja der größte Hamas-Fan ist. Ja, Mann. Dann hab ich sie alleine im Krankenhaus besucht gehabt und dann hab ich gesagt, weißt du was, ich möchte ihr dieses Hamas-Trikot schenken und dann hab ich gesagt, so, hey, jetzt Salud, ich hab ein kleines Geschenk für dich und die so, ja, okay und die dachte wahrscheinlich die Schokolade oder so kurz vorm Kiosk, aber ich bin dann hingegangen, hab ihr das Trikot geschenkt und ihre Reaktion war so krass, ich dachte, sie sagt einfach nur Danke und freut sich, ne? Ja. Und sie fängt da an in der Intensivstation einfach zu weinen und Tränen kullern und kullern und ich so, hey, chill, ich wollte nicht das so weit, sondern dass du dich freust, ne? Und sie hat sich halt so übertrieben über dieses Trikot gefreut, was Hamas selber anhatte. Das war mit Abstand das beste Geschenk, weil dieses Geschenk mir selber was bedeutet hat und ich gesehen habe, wie Hammer das ist, ihre Reaktion so zu sehen, wie happy sie ist und in so einem schwierigen Moment sie zum Lachen zu bringen. Das war so. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Geschenk toppen kann, weiß ich nicht. Wie kommt es, dass wir beide einfach Trikot haben? Also ganz kurz, das ist nicht gespielt. Das ist nicht gespielt. Das ist krass. Ein Australien Trikot und ein Hamas Trikot. Yes. Welches würdest du nehmen? Schreib es rein. Okay, nächste Frage. Okay. Was ist eines der größten Regrets, die du hattest? Und wieso? Okay, ich will gar nicht deep eingehen. Ich mache es kurz und knapp. Meine Familie ist 2016 nach L.A. geflogen. Ich voll Pubertät in Stuttgart geblieben. In Stuttgart neugereit geblieben und den Sommer mit den Jungs verbracht. Warte mal. Deine Fam? Meine Fam. Also meine Mutter und meine Schwestern sind nach L.A. geflogen. Das müssen wir uns nicht vollgeben. Okay, und dann? Und das war in dem Alter, du zahlst nichts. Ja. Mein Altsin hat in den Flug gezahlt, mein Onkel wohnt dort und ich bin einfach in Stuttgart neugereit geblieben. Und das Ding ist, ich habe mir ja dann auch die Sachen immer angeschaut und mich hat es nicht beeindruckt. Zu dem Zeitpunkt wäre ich, also ich wäre nicht hingegangen. Aber es ist gut, dass du sogar nicht hingegangen bist, sage ich, weil du das jetzt das erste Mal dann sehen wirst. Und das erste Mal, das ist immer schöner. Und das ist die optimistische Perspektive. Ja, einfach das Gute darin sehen. Das Gute darin sehen. Deswegen, ich bereue das wirklich. Und nein, für alle Leute, die sagen, ich bereue nichts in meinem Leben, es hat mich hierher gebracht, so, ihr dürft jetzt noch Pause drücken und gehen. Geh einfach. Das ist mein größtes Regret überhaupt, Nati. mein biggest Regret. Und zwar war ich einmal in der Church in Berlin und wir kommen ja aus Stuttgart und da sind wir schon wieder bei dem PT-Math zu spät kommen. da kam ich so fünf, sechs Minuten zu spät, weil ich einen Parkplatz gesucht hatte. Dann war ich dann dort und die haben schon mit Worship angefangen gehabt. Und dann bin ich in den Gottesdienst reingekommen und habe so den ersten Song angehört und ich hatte so einen Eindruck, einen ganz, ganz klaren Eindruck für die Person vorne rechts zu beten. So, aber ich wollte jetzt nicht, weil ich ja aus Stuttgart komme, da hingehen und gleich erstes Song Worship gleich für einen beten und so. Und das wollte ich einfach nicht, aber weil ich da auch einfach die falsche Stimme gehört habe. Und wie nennt man das? Es ist auf jeden Fall voll crazy, dass ich das dann nicht gemacht habe, weil ich dann zwei Wochen später oder nicht, es war nicht zwei Wochen später, ein paar Wochen später dann die Info bekommen habe, dass der Junge nie wieder mehr in die Church gekommen ist. Und das hat was mit mir gemacht und jetzt sind schon Jahre vorbei und der Typ ist immer noch nicht, ist einfach nicht in der Church und ich habe da einfach so, ich war da und dieses Gefühl, das ist ganz eklig und ich habe einfach gesagt zu mir, hey, wenn Gott in Zukunft spricht, mach, dann habe ich gesagt, ich mache das einfach, weil ich dieses eklige Gefühl nie wieder mehr haben möchte und diese the pain of regret ist manchmal hart, aber jetzt ermöglicht es mich dazu, dass ich das auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr machen musste. Okay, Natti, jetzt meinst du ja, dein Regret ist es, dass du es nicht verpassen willst, wenn Gott dir sagt, hey, Natti, komm, geh mal hin und red mit der Person über mich oder halt, du weißt es ja selbst. Ja. Hast du mal aus diesem Regret gelernt seitdem und hast dann irgendwie so eine Experience gehabt? Yes, das war sogar dieses Jahr, nicht so, genau, am 1.1. war das um kurz nach 0 Uhr, Feuerwerk Stuttgart und ich bin dann mit der heute gelaufen durch die City und dann laufen wir an einem Jungen vorbei und dann sagt mir Gott so, dreh um und rede mit dem Jungen und für mich war das so, na gut, dann mach ich das halt. Und ich dreh um und ich geh zu dem Jungen hin und die erste Frage, die ich ihm gestellt hab, war, glaubst du an Gott? Und seine Antwort. Das mein ich mit Fragen. Ja, immer. Kam schon mal einer auf euch zu und meinte, ey, glaubst du an Gott? Du musst einfach rein. Und dann sagt er so, nee, ich glaub nicht an Jesus. Und ich sag so, hey Bro, ich hab dich nicht gefragt, ob du an Jesus glaubst, ich hab gefragt, glaubst du an Gott, warum hast du mir die Antwort Jesus gegeben? Und dann sagt er zu mir, ey du, keine Ahnung, warum ich Jesus gesagt hab. Auf jeden Fall haben wir hin und her geredet und dann hat er gesagt, er ist Atheist. Okay. Und dann hab ich zu ihm gesagt, hey du, wenn ich Atheist wäre, dann würde es mich schon sehr interessieren, falls es einen Gott gäbe. Und dann hat er gesagt, ja du, wenn es einen Gott gibt, dann würde ich ihn schon kennenlernen. Und dann sagt er, wie tue ich den kennenlernen? Und dann hab ich zu ihm gesagt, hey du, schau am besten, sag einfach zu Gott, ey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich in meinem Leben. Und er sagte, so einfach geht es und sag ich, und ihr müsst euch vorstellen, Oton, genau so hat er es gemacht. Er schaut nach oben und sagt so, hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich, dazu getan. Und er lacht dabei, ne? Filmreich. Ja, ja, ja. Und er lacht dabei. Und ich lach selber, weil ich weiß, wer Gott ist, oder? Und ich lach so und dann hab ich zu ihm gesagt, hab ich ihm die Frage gestellt, wieder bei den Fragen, hat jemand schon mal für dich gebetet? Dann hat er gesagt, nein. Ich sag, hast du schon mal gebetet? Dann sagt er, auch nicht. Und dann sag ich, ist es okay für dich, wenn ich für dich bete? Und dann sagt er, ja, bitte bete. Und ich bete für ihn und während ich bete, müsst ihr jetzt genauso vorstellen, ich konnte meine eigene Stimme nicht hören. Ich hab einfach, was ich gebetet hab, ich weiß nicht mal, was ich gebetet hab, weil ich merke, so wie der Heilige Geist so einfach ganz Zeit zu mir sagt, frag ihn nach seiner Mutter, seine Mutter, frag ihn nach seiner Mutter und ich hab noch nie in meinem Leben Gottes Stimme so krass gehört. Und ich glaube, ich geh so weit, ich glaub, ich werd sie nie wieder so krass hören wie in dem Moment. Und ich hab dann auf jeden Fall Amen gesagt und hab dann zu ihm gesagt, hey, Bro, kann es sein, dass du, erzähl mir die Geschichte von deiner Mutter. Dann sagt er, was willst du über meine Mutter wissen? Dann sag ich, sag mir irgendwas über deine Mutter. Dann sagt er zu mir, ja, meine Mom ist Franzosen, heißt so und so und ist auch Atheist, warum fragst du? Und dann hab ich ganz kurz für eine Millisekunde gezweifelt und dann sag ich, hey, Bro, erzähl mir die wahre Geschichte von deiner Mutter. und der Junge fängt an Rotz und Wasser zu heulen, ne? Krass. Und er fängt einfach an zu heulen und ich sag so zu ihm, komm, schieß los, sag's mir. Und er hat wirklich so eine Minute gestruggelt und hat keine Stimme rausbekommen. Und er sagt zu mir, hey, ich hab dir gerade von meiner Stiefmutter erzählt und meine leibliche Mutter ist bei einem Autounfall 2004 gestorben. Und ich so, damn. und dann sagt er zu mir, ähm, du kannst es gar nicht wissen, weil selbst meine besten Freunde wissen das nicht. Und ich so, okay, crazy. Und dann sagt er, ich hab seit, seitdem ich zehn bin und er ist, glaube, 21, ähm, mit niemandem darüber geredet. Und ich so, was meinst du? Und dann sagt er, nicht mal mit meinem Vater reden wir darüber. Und wie kann es sein, dass du jetzt kommst, mich seit vier Minuten siehst, für mich betest und genau das krasseste Geheimnis, was ich in meinem Leben habe, dass du mir so sagst, ich bin mit dem Jungen jetzt im Austausch, so, ich hab mir mein Insta gegeben, er hat mir geschrieben und, und es ist so crazy, wie dieser Junge, ähm, von, ich glaub nicht an Gott zu, ähm, ich kenne Gott. Krass. Sehr krass. Das ist auf jeden Fall crazy. Lange Story, aber, das war für mich mein, das hat mein ganzes Glaubensleben so nochmal komplett auf den Kopf gestellt, so, und seitdem ist es so, sehe ich Wunder nach Wunder und das ist so crazy, was Gott macht. Heftig. Heftig. Vielleicht hat's aber auch dein Regret gebraucht, mhm, für ihn. Das ist jetzt meine optimistische Perspektive. Und es stimmt. Ja. Weil ich hab gesagt, ich will nicht mehr irgendeine Situation verpassen. Also wie Gott einfach selbst dein Regret, weißt du, zu deinen Gunsten lenkt. Voll. Und ich glaub, man muss einfach auch so Raum schaffen, dass so Gott ein Wunder machen kann. Ja. Ich hab die Story gerade gehört, als würde ich sie nicht wissen. Das ist crazy, ne? Das ist crazy. Ich lieb die Story. Das ist meine Favorite Story auf jeden Fall. So, ich würde sagen, ich will die letzte Frage stellen. Okay. Die letzte Frage vom Q&A. Also für alle, denen es jetzt zu cringe wird, wie ich schon gesagt, da dürft ihr gehen. Jetzt. Ist der Moment. Also Nati, was liebst du am meisten an mir? Okay. Ich muss sagen, Micky, am meisten liebe ich an dir. Ich bin wie so eine Freundin. Der freut sich schon richtig auf die Antwort. Sag zu mir. Ich liebe, natürlich, ich liebe viele Dinge an dir. Aber ich hab das Gefühl, dass jeder Mensch einen Freund wie Micky in seinem Leben braucht. Ich glaube, du bist der most driven person, die ich kenne. Du bist sehr, sehr ambitioniert. Und ich liebe an dir, dass du ein Mann deiner Worte bist. Also du tust es wirklich umsetzen, was du machst. Und das motiviert mich, immer 100% zu geben. Ich kann dir ein klassisches Beispiel bringen. Du sagst so zu mir, komm Nati, lass diesen Podcast machen. Und ich sag yes. Und du sagst, Bombe. nächste Woche. Ich sag was? Für mich war das so in vier Monaten oder sechs Monaten, weil es so mein Speed ein bisschen anders ist. Das ist so, wie wenn jemand sagt, komm lass Fallschirm springen. Und dann sagst du zu deinem Kumpel, yes, lass den Fallschirm springen. Und auf einmal sagt er, komm lass nächste Woche Fallschirm springen. Und du sagst einfach chill ein bisschen. Lass dich mal atmen. Aber du holst einfach das Beste in deinen Freunden raus. Und ich glaube, jeder, der mit dir ist, weiß, was so ein hammermäßiger Typ du bist. Und es ist nur so ein Punkt. So, ich könnte tausende Dinge, ich könnte, glaube ich, ein ganzes Buch darüber schreiben, was ein hammermäßiger Freund du bist. Und das liebe ich am meisten an dir, dass du das Beste aus den Menschen rausholst. Okay. Ich wollte es gar nicht so im Urschirm machen. Okay, okay. Das geht nicht. Komm, komm, wir machen weiter. Wir machen weiter. Okay. Ich schwör, du hast mich getroffen. Also, okay. Danke, ich hab dich lieb. Dann packst du das. Minga. Okay, sag. Okay, okay. Was ist los? Ey, fuck's nicht. Ich muss mich kurz zusammenreißen. Okay. Oh, mach ganz brief. Also. Cool, Nati. Okay. Jetzt sag ich dir, was ich am meisten an dir liebe. Okay. Ihr müsst wissen, in meiner Liste hat sich geschrieben, ich liebe, wie du liebst. Mhm. Und ich hatte eine Story, aber ich will jetzt noch spontan einen anderen Punkt nennen, weil ich hab Story James Rodriguez Trikot drin. Echt? Und das hast du vorhin einfach schon gesagt. Okay. Ihr habt ja gehört, mit dem Geschenk, wie Nati liebt so. Er liebt, er liebt so übertrieben einfach. Du bist einer, du liebst so, du liebst überdurchschnittlich. So, wenn du liebst, dann bist du all in. Du bist nicht der jemand, der sagt so, hey so, ich lieb dich zwar, aber so, ich weiß, Bro, wenn ich in Berlin wäre und ich bräuchte jetzt jemanden, der mich holen kommt und mich nach Stuttgart fährt, ich würde dich anrufen. Ich weiß, du würdest nicht sagen, aber Bro, hin und her, sondern so, du würdest einfach, du bist übertrieben selbstlos. In deiner Welt geht's nicht darum, ich geb den guten Satz so, deine Decke ist unser Fußboden. Oha. Weißt du, was ich meine? Aber du weißt ja, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Dies ist eher wichtiger, dass du, vielleicht einen Nachteil hast, dass ein anderer einen Vorteil hat. Das heißt, du investierst in Menschen, du gibst Menschen nicht auf. Ja. Weißt du, du müssen jetzt, so, du gibst Menschen einfach nicht auf, wo andere Leute Menschen aufgeben. So und deswegen der Satz, ich liebe, wie du liebst. aber weil du die Story schon gesagt hast, mach ich jetzt spontan auch noch einen. Ja, Horos. Und zwar, Nati ist ein Thermostat. Okay. Nati ist kein Thermometer. Also, ihr wisst ja, ein Thermometer, keine Ahnung, wenn ich ein Thermometer nehme, ich mach's irgendwie in was Kaltem, dann wird mir angezeigt, so der Thermometer antwortet, auf etwas, aber ein Thermostat, so der entfacht eher sowas. Nati ist einer, Nati gibt den Takt an, Beispiel, Thema Stimmung. Laute Stille, ne? So, ich glaub, die Leute, die Nati kennen, wissen was ich meine. Nati ist einer, Nati schafft es, Stimmung reinzubringen. Nati ist einer, der in der Runde die Stärke hat, einfach Gespräche zu leiten, Gespräche einzuführen. Du bist einer, du bringst Leute zusammen, so wie so, wie so ein Vater. Ich glaub, du wirst ein guter Vater, Bro. Thank you, man. Ich glaub, du wirst ein guter Vater, weil du einfach diese Gabe hast, zusammenzubringen und einfach, du brauchst nicht, du brauchst keine äußeren Umstände, um zu funktionieren. Du funktionierst. Und du funktionierst so gut, dass es für uns reicht. Weißt du, was ich meine? Das ist sehr schön. Ja, das hab ich spontan jetzt einfach, wollte ich noch sagen, weil die Hammer-Story schon erwähnt wurde. Aber nein, das ist sehr lieb von dir, man. Das liegt aber daran, warum ich das immer mache. Pastor Dom aus Köln hat einmal gesagt gehabt, Shoutout an Pastor Dom. City Church. City Church, der hat einmal gesagt gehabt, hey, egal wie es mir innerlich geht, wenn ich in den Raum komme, möchte ich niemals, dass die Stimmung nach unten geht. Egal was bei mir abgeht, ich möchte nur, dass die Stimmung nach oben geht von dort aus und das probiere ich einfach nur zu leben. Aber das ist echt Hammer, dass du es so wahrgenommen hast. Ja, ja. Ich glaube, es nimmt viele wahr. Das ist richtig lieb von dir. Thank you, man. Jetzt werde ich emotional. Das war auch die letzte Frage für heute. Hat richtig Spaß gemacht. Yes. Also ich glaube, da wird noch viel kommen. Wie schon gesagt, wir werden Gäste haben. Ihr werdet uns oft auch sehen. Wir werden über alles Mögliche reden. Und wie wir schon angezündet haben, wenn ihr irgendeine Frage habt, klatscht sie einfach unten rein. Wir lesen die Kommentare. Wir lesen die Kommentare wirklich. Willst du noch irgendwas sagen? Nee, ich freue mich auf jeden Fall auf die Gäste. Das ist so eine Sache, wo ich glaube, da macht der Podcast dann noch mehr Spaß. Aber wobei eigentlich, lowkey feiere ich diese Momente auch hart. Ich auch, sehr. Ja, ich habe das Gefühl, ich heile dadurch. Nein, aber das ist Hammer. Yes, let's wrap it up. Ich würde sagen, hey, das war Real Model Podcast, die zweite Folge. Bis zum nächsten Mal. Peace. Peace out. Yes, ich bin der Nati, 27, kommen aus Äthiopien, meine Eltern kommen aus Äthiopien und cut. Ich sage, ich komme aus Äthiopien und meine Eltern. Das ist direkt Neustand. Das war eh nix. Oh Jezus. Oh Jezus. Heute wieder kdirekt. Untertitelung des ZDF, 2020